Ok Trissi liebt erstmal Internet abgeschmiert Und wir haben kein Eisen Sauber Oh ne Oh ne Du sollst für jedes irgendein kleine Bimbo haben Aber nicht Trissi die verkackt Sowieso Ja ich hab wenigstens Eisen nach Hause gebracht Ja toll Wie viel Fünf Nein eineinhalb Stacks Ich hol ein bisschen Kohle Dass ich wenigstens mein Fleisch braten kann Weil ich hab jetzt nichts mehr zum Essen Und deshalb sollte auch jemand mal Die Kühe füttern Hey was ist das für ein Grund Die Kühe zu füttern Dass wir Fleisch kriegen Weil wir haben nur fünf Rinderfleisch Und 25 Chicken Ja das reicht ja Ja für vier Leute Ja wir sind acht Ja wie Ja wenn alle das denn so macht Achso Boah eigentlich sollte man hier jetzt irgendwie Wasser hin machen Dass ich da runterhüpfen kann Könntest du Ah Kohle Oh noch mehr Kohle Boah wie viel Kohle hier hab ich Geh ja nicht du Ihr wart nicht einmal auf dem Berg hier oder Weil da hätte ich hier So viel Kohle Auf dem wenn du aus dem Rathaus raus kommst Äh raus kommst Direkt grad aus der Berg Nö Waren wir nie Hast vollkommen recht Ja weil hier Hier liegt saumässig viel Kohle rum Ich hab jetzt schon 28 Kohle Ah ist doch in Ordnung Und da hab ich nochmal So 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 Gott wird das Rathaus hässlich Lol hier schneit's und da regnet's Ja Ah da ist noch Kohle Werd mal ich hab gleich mehr Kohle wie Trissi Glaub ich nicht Oh oh Elfmeter bei Uruguay gegen Costa Rica Für 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 wen ist denn Papa Für Uruguay Erstmal Papa fragen Jaja der sitzt grad hier bei mir im Zimmer und guckt Bei dir im Zimmer Ja Läuft Warum bei dir Ja Ja warum Frag ihn Frag ihn Ja okay Fragen von mir Nein du musst ihn fragen Rufan Ja Du kennst doch meine Nummer Ich kenn deine Nummer sogar auswendig Könnt's jetzt hier sagen Sag Da krieg ich aber Spam alter Ja 0 7 1 1 9 9 9 35 Eine Million 0 8000 Gell 905 oder Ja wahrscheinlich so in der Art Zertrissi Zertrissi echt das ganze Eisen Ganz ehrlich wärt ihr einfach auf den Berg dann hättet Lol ich hab genau ein Stack Kohle Uruguay führt Uruguay führt 1 0 nach 11 Meter Alles klar Ich hab grad dein Vater glaubst du grad selber gehört So erstmal Bäume anpflanzen damit sich der Janis schön aufregen kann und die wieder abbauen kann Ja das ist gar nicht mal so schlimm Ja weil wir dann Holz haben So 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 Ach genau ich wollte ja diese auch meine Pilzfarm weitermachen Hehehe Pilzfarm Hehehe Pilzfarm Jetzt mit dem Gedanke im Hinterkopf dass sein Vater In seinem Zimmer hofft ist es schon komisch dass er zu redet Ja Ja Habt ihr da was dagegen Ja Klein Pisser Jetzt kommt gleich Janis Vater Janis heilig so unfreundlich Dietrich sie ist da ich glaub da ist eben nur noch abgekackt Wenn sie ihre Mutter ist mit dem Staubsauger übers Kabelkram Ne aber der Staubsauger überlastet das Stromscheiße Was Ja ohne Scheiß Ne Ja ohne Scheiß Es wird gleich wieder ausgehen Wieg'em so'n Turbosauger Ja der braucht wahrscheinlich 2 Gigawatt pro Sekunde oder was Es wird so gleich wieder ausgehen Das Internet ging aus wegen Staubsauger Ja weil dann Stromausfall und das Wlan geht ja auch über Strom Oh mein Gott Hehehe Krass Ok das hab ich wirklich noch nie gehört Der ist ja nicht mal bei mir so Doch bei uns in die Schule fällt auch immer der Strom aus wenn man zu lange Staubsaugt Das ganze Eisen hast Keine Antwort Es ist ja jetzt ist der Strom aus und das Internet geht einfach weiter Lol Hä wie kann das Strom aus sein du im Spiel sein und dein PC funktioniert Frag mich nicht Akku kennst Achso PC Ne PC der war gerade aus ja du musst dich wieder anschalten Ok Läuft Läuft Ist das so ne schlechte Infrastruktur da in Österreich Österreich eben Ok jetzt leckt es Alter Alter lol ich hab da grad ne ganze Reihe Steine abgebaut die ich jetzt wieder da Ja Nicht schlecht Es war grad mega leck Ab Montag soll es besser sein Da haben wir dann 4 Gigabyte auf dem Server Ist voll krass hier warm Kann mir mal jemand von der Stadt die Cordis ansagen Ey ich wusste die die findet nicht mehr zurück Ob ich jetzt noch einen finden würde Äh ich glaub das ist bei minus 160 und Minus 220 so in der Gegend Boah das ruckelt jetzt aber ganz schön Juli wenn ich das mal so Ne finde ich nicht Sagen darf Äh Jannis finde ich nicht Ja grad hat's geschwind geruckelt Oh oh mein Schwert ist kaputt Oh ich hab noch eins Oh oh ich glaub Drissi Fliegt raus Ja der PC ist wieder abgeschmiert Ne schon schwer sehen der ist auch raus geflogen Äh ich zieht nicht raus Ne die ist noch drin Ja jetzt warte mal ich muss hier jetzt Runterbuddeln Runterbuddeln Und da kann ich dann wieder eben machen What? Ja ja das ist speziell Pilzform hier das hat ne gewisse Logik Achja stimmt da muss ja glaub ganz dunkel sein gell Ne da muss genau 3 überm Pilz muss ne Fackel hängen Hä warum? Oder irgendwie so Ja und dann wächst da ein Pilz So ein großer Pilz draus oder wat? Ja komm mal geschwind her dann zeig ich dir wie das funktioniert Äh ich bin grad Holzfarm ganz schlecht Ich komm auch ich will auch wissen Loll ihr wisst beide nicht wie man eine Pilzfarm baut Ne ich weiß es nicht Wo soll ich das wissen hab ich noch nie gebraucht Braucht man auch nicht Ne eigentlich ja nicht Nur wenn Janis da ist nicht Ja ich hab brauchen wir das nicht Nur wenn ich da bin brauchen wir sowas Okay Du hast das bisschen jeder Hä Season gemacht Ich weiß Guck und wenn da jetzt ne Fackel hängt Dann wachst der Pilz Mach dann einen zweiten Pilz hier nach unten Und dann kannst du den hier unten abernten Okay Das heißt es geht jetzt ganz weit in diese Richtung hier In diese Und hinten kommt da ein Kolben hin mit Wasser Der dann die ganze Pilze was da unten wachsen vorspielt Achso Ja eigentlich ganz einfach Wenn man weiß wie Pilze wachsen Also so ein kleiner Pilz Der dupliziert sozusagen einen am Block nebendran oder was Ja wenn der Block glaub eins tiefer ist Wenn du ne Farm hast oder so ähnlich Ja und warum ist das so Ich halt so Oh 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 du kannst ja deinen coolen Schienen duplikator trick da machen Was kann ich machen soll ich bauen Ich weiß gar nicht ob das Oh Ob das auf dem Server geht Haben wir schon Gold Nein Ja okay Trissi wahrscheinlich aber Wir nicht Ja weil dann können wir das echt machen Weil dann können wir so Turbo Rails verdoppeln Turbo Rails verdoppelt aber normale Schienen nicht Oh ja Hä warum nicht Ich halt so Wut Es verdoppelt auch diese Kontaktrails und so Aber die normalen nicht Nee Die man normalen muss bauen aber Eisen ist ja auch nicht das Problem Ich mein du Stripmeinschen bistle hast 5 Stacks Eisen Ja auf jeden Ja auf jeden Oh Badda 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 Oh Kweepa 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 Da 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 Da